Sie hören, Durch die Haut, ein Fall für die Soko Sennenberger, von Miriam Rademacher, gelesen von Peter Lonzek, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Kapitel 1 Ein Montagabend im November 2019 Der Roman, den Bianca in Händen hielt, war dicker als ein Backstein und damit genau die richtige Lektüre für lange Stunden auf der Toilette des Stadttheaters. Heute, am ersten Abend der neun Woche, feierten Schauspieler und Regisseure sich selbst, was bedeutete, dass über ihr, auf den Brettern, die angeblich die Welt bedeuteten, gerade die Highlights der letzten Saison gesungen, gespielt und getanzt wurden. Für Bianca war der Porzellanteller neben ihr auf dem kleinen Tischchen bedeutsamer als Dramen und Musicals. An einem überdurchschnittlich langen Abend wie dem heutigen sammelte sich mehr Kleingeld als gewöhnlich auf ihm. Und das war der Grund, warum sie sich darum gerissen hatte, an diesem Montag zu arbeiten. Das Theater, in dem sie schon seit einigen Jahren tätig war, hielt viel auf Etikette, pflegte sein zeitloses Image und leistete sich eine Toilettenfrau wie Bianca. Doch die Bezahlung hier war kaum besser als in einer Raststätte an der Autobahn. Dafür war die Arbeit leichter. Wo man Arien schmetterte, wurde nur selten daneben gepinkelt. Und niemand trank während einer Theateraufführung mehr, als er vertrug. Es nahm nicht viel Zeit in Anspruch, in den Räumen der Damen und Herren gleichermaßen für Sauberkeit und Wohlgeruch zu sorgen. Üblicherweise bekam Bianca reichlich Gelegenheit, ihren Roman zu genießen, der sie heute in eine Welt entführen wollte, in der es gar keine Toiletten zu geben schien. Elfen und Zauberer hatten derlei Dinge wohl nicht nötig. Ein leises Klopfen ließ sie aufhorchen. Als es sich wiederholte, schloss sie ihr Buch und erhob sich von dem antiken, aber unbequemen Stühlchen, das man ihr freundlicherweise zur Verfügung stellte, und sah sich suchend um. Kein Mensch hielt sich hier bei ihr in dem schmalen Flur vor den Waschräumen auf. Das Klopfen war vom Notausgang gekommen, hinter dem wenige Treppenstufen hinauf auf den Parkplatz führten, dorthin, wo die großen Mülltonnen standen. Biancas Herz machte einen kleinen Satz. War er es etwa? Sollte er wiedergekommen sein? Sie zögerte nur einen kurzen Moment. Dann holte sie den schweren Schlüsselbund hervor, der mit einer Kette an ihrer Gürtelschnalle befestigt war, und schloss die Tür des Fluchtwegs auf, die niemals offen stand, wie es sich eigentlich für eine solche gehörte. Als sie die Metalltür leise aufschob, da stand er tatsächlich vor ihr, im Nieselregen, und verbeugte sich höflich. Sie erkannte ihn gleich wieder. Nicht an seinem Gesicht, das eher durchschnittlich und irgendwie nackt auf sie wirkte, doch er trug dieselbe elegante Garderobe wie bei seinem letzten Besuch und über der Schulter einen dunkelblauen Rucksack, der überhaupt nicht zu seiner übrigen Aufmachung passen wollte. »Schöne Frau«, begann er, und bei ihm klang diese Anrede nicht einmal lächerlich. »Hätten Sie die Güte, mich einzulassen? Es soll Ihr Schaden nicht sein!« Bianca musste lächeln. Er wirkte auf sie wie eine Figur aus einem der dicken Romane, wie jemand aus einer anderen Welt. Und gemessen an der ihren war er das vermutlich auch. Er stellte den Rucksack zwischen ihnen auf der Schwelle ab, öffnete ihn und zog eine Flasche Champagner hervor. »Ich komme mit Geschenken!« Teuren Champagner bekam Bianca nicht gerade häufig angeboten, und so war sie schon bei den letzten beiden Besuchen des seltsamen Fremden, die nur selten und mit großem zeitlichem Abstand stattfanden, schwach geworden. Jeder Einzelne war auf die gleiche skurrile Weise wie dieser verlaufen. Dieses Mal aber haderte sie mit sich, denn sie hatte sich fest vorgenommen, solche Ungenauigkeiten an ihrem Arbeitsplatz zukünftig nicht mehr zuzulassen. Es war einfach nicht recht, wenn der Mann den Weg durch die Hintertür nahm. Champagner war ja gut und schön, aber sie wollte ihren Job zwischen den sauberen Kloschüsseln des Theaters nicht für ein bisschen Luxus aufs Spiel setzen. Ihr Gegenüber schien ihre Bedenken zu spüren. Die Stirn unter dem stark gegelten, dunklen Haaransatz legte sich in Falten. »Ich versichere Ihnen, dass es lediglich um eine Herzensangelegenheit geht...« Wie immer.